Das letzte Mal haben wir Cool Edge und Party Hard abgeschlossen. Und in dieser Folge schauen wir uns in, ich glaube es hieß Empire City. Oh, wir können sogar die Musik changen auf die Green Hill Zone. Never, Mann. Never. The Stomp Move? Ne, den können wir auch schon. Den habe ich jetzt schon mehr als einmal benutzt. Schauen wir mal. Oh, Baby. Empire City war auch ziemlich cool. Wenn es Empire City hieß, ich glaube aber schon. Wow, Drift. Das war kein Stomp, das war ein Drift. Wow, Baby. Wie? Okay, ich wollte eigentlich den Ring erwischen. Aber das macht gar nichts. Ähm, na gut. Da hoch. Und Rutschi. Ja, das wird schon ein bisschen komplexer, wie man merkt. Aber es wäre ja auch langweilig, wenn alles so einfach wäre. Windmill Hill. Lille, lele, 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 nein, au, das hat ein bisschen wehgetan. Okay, renne einfach die Hauswand hoch, das ist gar kein Problem. Okay, nein, oh, du Drecksack. Aktiviert er gerade im richtigen Moment sein Schild, ne? So, oh Gott, schaut euch das an. Okay, alles kein Problem, das kriege ich hin. Ja, ich doch, ganz easy, Mann. Nur runterfallen sollte man nicht. Nein. Das war mir ein bisschen zu knapp gerade. Okay. Alles gut. Jawohl. Und. Wundervoll. Oh, Baby. Haben wir durch den Loop hin? Wer baut eigentlich solche Straßen? Und viel wichtiger ist, welche Autos fahren da drüber? Also ich weiß nicht, wie das so mit der Physik aussieht. Aber ich glaube, dass so eine Standardkarre eher weniger an der Decke fahren kann. Ich glaube, da bräuchte ich schon etwas höhere Geschwindigkeit. So, ich denke, hier sollen wir stompen. Aber ich glaube, wir können hier auch einfach Walljumpen. Und hier stompen. Und Blaze macht alle Fenster kaputt. Da hat jemand viel Geld für bezahlt, Mann. Mip, mip. Mip, miau, miau, miau. Verdammt. Scheiß Geisterfahrer, Mann. Moment, das sind wirklich Geisterfahrer. Außer die, äh, das ist ein Land, in dem man, äh, links fährt. Ah, verdammt. Oh, ich wollte noch ausweichen, aber meine, äh, meine Finger waren zu langsam, um die Taste zu treffen. Hm. Okay. So. Pomp, 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 pomp. Und da rüber. Oh, nein. Ah, 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 ah. Was tue ich? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe es überlebt. Hm. Macht gar nichts. Je, jei. Und durch. Au, Baby. Mhm. Wer baut sowas? Und vor allem warum? Naja. Aha. Aha. Fräulein. Fräulein-Spiel. So, ich glaube, jetzt dürfen wir ein bisschen an der Wand rennen. Jo, warum denn auch nicht? Äh. Wow. Okay. Wow. Hier lang. Da lang. Okay. Noch ein bisschen an der Hauswand entlang. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, das dem Inhaber des Gebäudes so gefallen dürfte. Ich wusste auch gar nicht, dass es so hohe Gebäude gibt. Also, ich weiß, es gibt schon verdammt hohe Wolkenkratzer, aber das erscheint mir doch etwas, äh, äh, sehr hoch. Wow. Okay. Alles gut. Stomp. Kein Stomp. Okay. Oh, hier ist das Ziel. Da dreht sich's. Na gut. Ist hier noch was? Nö. Bleib stehen, Ziel. Bleib stehen. Äh. Okay. Hehehe. Ah. Sehr schön. Und ein C. Ah. Na gut. Haben wir einen roten Ring gefunden? Sogar zwei. Sehr geil. Und als letztes haben wir die Stage, deren Namen ich vergessen hab. Äh, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich glaub, das ist die letzte. Na, wir werden sehen. Oh, Baby. Wuh. Okay, kein Problem. Ich... ... ... ... ... ... ... ... wo ich hinkommen wollte. Und das ist das Wichtigste. Hauptsache, man kommt irgendwie an seinem Ziel an. Wie, ist komplett wurscht. Gott, ich kann doch so schnell nicht reagieren, Mann. Naja, eigentlich habe ich so schnell reagiert, aber ich muss mich natürlich ein bisschen beschweren, weil, äh, darum. Okay, da ist ein roter Ring übrigens. Ähm, ich hätte wahrscheinlich einen anderen Weg geben müssen. Äh, nein, 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 oh Gott. Okay, war das gut? Das war auf jeden Fall nicht schlecht, glaube ich. Rüber da, man hat kaum Zeit zum Reagieren, das ist abartig. Habe ich den erwischt? Ja, ich glaube, ich habe das noch gehört, so halb. Zwischen den ganzen Sound-Effekts, die ja gleichzeitig am Laufen sind. Okay. Äh, gut, 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 alles gut? Okay, alles gut. Da war noch ein Babong. Äh, ich weiß, ich muss X drücken, um über Wasser zu rennen. Das ist mir bekannt. Das habe ich schon mal gemacht. Also, nicht selbst, sondern im Spiel, ne? Also, ich renne eher selten über Wasser. Äh, wie lange hält mein Boost? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was ich hier mache, allzu gut ist. Ja, haha, nein, oh Gott. Okay. Prima, nächster Checkpoint. Kommt jetzt von... Oh Gott. Hi. Moment, wie kommt der Truck hier hin? What the fuck? Hiiii. Hallo. Na. Miii. Hups. Da ist er explodiert. Was macht der Truck im Dschungel? Haha, what the fuck? Hahaha. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Okay, alles gut. Meine Fresse, geht hier die Post ab. What the fuck? Okay, hier ein bisschen rüber und hier ein bisschen links. Und irgendwie geht die Framerate gerade voll im Keller wegen den ganzen Special Effects hier gerade wahrscheinlich. Okay. Flomp. Oh. Okay, alles gut. Äh. Ach, da ist der Schalter. Pomp. Und die Schalter. Ich hatte 871 fucking Ringe. Oh Mann. Oh, wie gemein. Oh, das hätte eine echt schöne Stage werden können. Also bis auf den Anfang. Und dann habe ich es mal wieder vollkommen verkackt. Und wie immer. Dafür können wir jetzt nochmal der Framerate beim Verrecken zusehen. Wollte ich sagen. Und dann blieb Blaze hängen. Na gut. So, das probieren wir jetzt nochmal. Nochmal. Geh da rein, Blaze. Danke. Da war übrigens der Checkpoint. Gut. Äh. Ah. Oh, okay. Alles tut die Paletti. Alles tut die Paletti, sagt er. Und was ist? Er stirbt. Au. Und das war, muss ziemlich heißes Wasser gewesen sein. Ey, ich wollte den Leuchtering haben. Ah. Okay. Oh, 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 oh. Aha. Und da hoch. Und Lightspeed Dash. Wow. Okay. Rechts, links, rechts, links. Tot. Ah. Ich glaube irgendwie, das wird kein A. Ah. So. Na, das lief doch schon ganz gut. Auch wenn die Framerate immer noch ein bisschen am Abspacken ist. Aber das macht nichts. Okay. Hm. Hallo, Dicke. Huh. Hoch. Oh, nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Okay. Pump. Ich hatte über 800 Ringe. Ich hätte jetzt schon 999 jetzt die Leute boosten. Was war das für ein Soundeffekt? Oh, wie fies. Das ist ein Robotnik-Soundeffekt. Warum muss irgendwie noch ein Bug im Blaze-Dingen sein? Im Blaze-Skin. Do you think you can defeat me? Oder Blaze hat einen plötzlichen Stimmbruch. Aus irgendwelchen Gründen haben mich die Stacheln nicht erwischt. Und wir werden jetzt mal ganz langsam hier unter den Felsen durchsliden. Danke. So. Okay. Danke. So, wann musste ich jetzt boosten? Hier. Okay. Ähm. Gut. Darf ich da hoch? Danke. Wie nett. Sehr gütig. Das war nicht sehr gütig. Muss ich ja, äh, mal so sagen. So. Äh, ich komm doch nicht hoch. Verdammt, Mann. Okay. Habt durch den Dschungel. Kein Problem. Wo komm ich hier? Äh, Gott. Cloudforming. Gittigit. Äh. Wie gibt's denn sowas? Wow. Du hast Stacheln auf dem Kopf. Ich hab's jetzt erst gesehen. Oh. Das war ein bisschen fies. Ich hab jetzt echt Angst gehabt. Rolljumps. Ja, ja, ja. Runter und runter und runter und runter und stomp. Miau. Ich glaub, der Wasserfall... Ist das, sollte das ein Wasserfall sein? Wenn ja, ist er nicht animiert. Ich bin mir grad nicht mehr sicher, ob hier ein Wasserfall im Original war. Und falls er nicht animiert ist, dann wahrscheinlich einfach, weil es nicht funktioniert. Oder weil die Entwickler zu faul waren. Aber so wie der ganze Hack aussieht, waren sie wahrscheinlich nicht wirklich faul. Zumindest würde ich das nicht als faul bezeichnen. Äh. Diesen Hack? Hab ich Hack gesagt? Das ist eine Mod. Naja, Mod ist eigentlich auch eine... Was? Nein. Oh Gott. Okay. Du. 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 Und hier rüber. Ich hör das Ziel. Ah, glorreiches Ziel. War zwar nicht so ein ganz glorreicher Run, aber wir haben noch ein Zeh. Ich hab nun die Fähigkeit Supersonic. Oh, und das war's tatsächlich. Yay. Okay, das müssen wir echt alles nicht sehen. Denn das sind einfach nur die Original Generations Credits. Die interessieren keine alte Sau. Niemanden. Vor allem nicht mich. Die sind ziemlich lange. Sehr. Toll. Lange. Ganz schön. Lange. Meine Phrasen, wie lange sind die denn bitte? Warte. Kann ich dir was springen? Nö. Okay. Ich wollte das Ding ins Auswahlmenü, um hier mein Resümee abzugeben. Genau, mach die Credits weg, Mann. Die interessieren niemanden. Danke. So. Ja, Sonic, springen. Man wird dich im weiteren Spielverlauf nie wieder sehen. Oder auch schon, denn das Spiel ist gerade abgestürzt. Wir sehen uns im Spielauswahlmenü gleich wieder. So. Da sind wir wieder. Ich habe keine Ahnung, warum das Spiel sich jetzt gedacht hat, abstürzen zu müssen. Aber naja. Macht nix. Mir wird gesagt, ich kann jetzt als Classic Sonic spielen. Ich glaube nur nicht, dass sich daran was ändert, sondern dass man tatsächlich einfach nur... Oder sind das andere Stages dann? Moment. Das muss ich jetzt ausprobieren. Play Stages. Äh, Stage. Ich glaube aber nicht. Das wäre schon komisch. Ah ne, man spielt quasi nur... Man spielt quasi nur die 3D-Stage als Classic Sonic. Das ist toll. Gut. Ähm. Ah, ich vergaß etwas. Mh, Stage-Auswahl, da bin ich wieder da. So. Man könnte zwar als Classic Sonic spielen, aber es gibt offensichtlich immer noch den Bug in Sonic Generations Mods, dass man die Spin Dash, den Spin Dash von Classic Sonic nur in 2D-Abschnitten verwenden kann. Mh, scheinbar konnte dieser Bug immer noch nicht gefixt werden. Schade, schade. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen nach Windmill Isle und ich gebe mein Resümee ab zu diesem Hack, äh, Mod. Ähm. Ziemlich geil, Mann. Ähm. Ich finde es echt cool, dass sich die ganzen Day-Stages wieder spielen lassen. Außer natürlich Eggman Land, denn wer an nicht gespielt hat, weiß, dass Eggman Land quasi eine Mischung aus Day-and-Night-Stages ist. Und ich glaube, das ließe sich in Generations wirklich nur sehr, sehr, sehr schlecht umsetzen. Aber naja, macht ja nichts. Wir haben trotzdem, äh, 8 Stages waren es jetzt, glaube ich. Und die sind alle wirklich bombastisch umgesetzt, muss man sagen. Die sind wirklich quasi wie im Original, wenn das Original Sonic Generations wäre, finde ich. Es hat im Endeffekt echt einfach... Es passt. Der Gesamteindruck passt einfach. Und das finde ich wirklich super, super, super geil. Finde ich echt schön. Und, ähm... Ja, wenn ihr die Mod haben wollt, ich hab's, äh, ziemlich unter jedem Video verlinkt, sehr wahrscheinlich, wenn ich's nicht vergessen hab, was ich sehr wahrscheinlich habe. Nee, ich versuch dran zu denken, das tatsächlich zu verlinken. Und, ähm... Dann probiert's einfach selbst aus. Ihr braucht dafür auf jeden Fall die PC-Version, ist ganz klar. Ähm... Ich... Ja, es funktioniert sowohl mit der Steam- als auch mit der Kauf-Version. Da die Kauf-Version, glaube ich, auch über Steam läuft oder so. Ähm... Und, äh, ja, wirklich super, super empfehlenswert. Speziell wenn man ein Fan der Unleashed-Stage ist. Und, äh, was ich auch auf jeden Fall empfehlen würde, ist, den neuen Shader auszuprobieren, der dabei ist. Beziehungsweise ist es kein Shader, sondern ein Renderer. Ähm... Denn damit sieht das Spiel wirklich nochmal einen ganzen Zacken schicker aus. Wie gesagt, bei mir hat's leider Wachs verursacht. Kann aber auch an meinem, äh, Treiber liegen, da ich zur Zeit auf einem Beta-Treiber unterwegs bin. Kann gut sein. Keine Ahnung. Wie gesagt, der Renderer ist noch ein bisschen, äh, Work in Progress. Und deshalb kann's dann auch zu verschiedenen Books und Glitches kommen. Schauen wir mal, wie sich das Ganze noch entwickelt. Ich bin allgemein mal gespannt, wie sich, äh, die ganze Mod-Szene jetzt noch entwickelt. Denn offensichtlich, äh, ist mit Generations-Mods mittlerweile schon sehr viel mehr möglich als noch, äh, vor ein paar Monaten. Und das ist ziemlich geil. Muss ich mal so sagen. Finde ich persönlich ziemlich gut. Und ich bin 10 Sekunden langsamer als vorher. Ich will jetzt aber auch nicht einfach mitten in dem Level das, äh, das Video beenden. Deshalb ziehen wir das jetzt einfach noch knallhart durch. Bis zum bitteren Ende. Da ist übrigens jetzt der Rote Ring, von dem ich vorhin gesprochen hab. Keine Ahnung, warum der vorher nicht erschienen ist. E-Wars ist nett. Egal. Haha. Ich heiche drauf, Mann. Ähm, ja, und wie gesagt, wirklich super, super, super empfehlenswert. Ich denke, da können nochmal einige, äh, Spielminuten dem Originalspiel hinzugefügt werden. Und wenn man natürlich alle Rote Ringe sammeln möchten, möchte, möchten, möchte, dann hat man da bestimmt noch, äh, ein paar Stunden mehr. Also vielleicht ein, anderthalb Stunden, sowas. Keine Ahnung. Jedenfalls sehr empfehlenswert. Sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Und ich hab meine Zeit geschlagen. Ah. Ich bin einfach viel zu gut. Leider nicht gut genug für ein S. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, dieses kurze Projekt hat euch soweit gefallen. Mir hat's sehr gut gefallen. Und, äh, ich würde sagen, das war's erstmal von meiner Seite aus. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, wird aber den Kommentieren gut bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.